Ideenwelt Neuheiten 2021 TJ100 Basic Verkleidungspaneele Unser beliebtes Einstiegspanel bieten wir ab sofort neben der etablierten weißen Version nun auch in schickem Grau an und reagieren damit auf die steigende Beliebtheit dieser Trendfarbe. Die Profile sind leicht zu verarbeiten und sowohl für den Innen- als auch den geschützten Außenbereich geeignet. Diese Neuheit finden Sie im neuen Qualität Rontoms Hauskatalog auf Seite 127.